Denn wir sind im Weltkrieg! Begleitet von den Einlaufkindern der TK-Krankenkassel, präsentiert von McLean, hier kommen die Fanschen! Mitte Nummer 3, Maut! Mitte Nummer 4, Marco, die Siebensmeld, Alex! Mitte Nummer 9, Dominik! 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 Die Helf! Sein! Die Helf! Die Helf! Die Helf! Die Helf! Die Helf! 25 Jermaine 21 Bobby 25 Aaron Müller Nummer 44 Jeremy 3 Und die 45 Heute 2 Wendung zu Jackers Physiotherapeutisch wird das Team betreut vom VR-Zentrum Reiner Junge Team 8 lebt den Trainer auf vom VR-Zentrum Reiner Junge Das erste Team Dr. Friedemann Baum richtig Die gut freis die 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 Töne, die Töne, die Töne! Die Töne, die Töne! Die Töne, die Töne, die Töne! Die Töne, die Töne! Die Töne, die Töne, die Töne! Die Töne, die Töne, die Töne! 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 Die Töne! Die Töne, 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 die Töne, die Töne! Die Töne, die Töne, die Töne! Die Töne! Die Töne, die Töne, die Töne! Die Töne, die Töne, die Töne!